Und ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 13 mit Dortmund und jetzt spielen wir gegen Porto im Halbfinale der Champions League. Ich habe mir auch Profi gestellt, wie auch im letzten Spiel, wo ich fast verloren hätte, was sehr schön war. Und jetzt dürfen wir verlieren. Ich glaube aber wirklich, ich glaube wirklich, dass es das war. Ich habe keine Ahnung, das ist ziemlich schwer jetzt. Wir liegen 3-0 zurück insgesamt. Mit Auswärtstoren, ach Gott, Alter. Wir müssen aber wenigstens ins Finale kommen eigentlich. Arschloch. Ich glaube, dass es da hinschmehr geht, das. Och, nö. Oh, die andere Aufstürmung haben. Die haben wir nicht. Also, diese beiden Frank, gleich geht's los übrigens, sind absolut lang. Meine Aufstürmung kennt ihr ja. Ja, und ich habe da einen kleinen Bug. Und ich sehe uns gleich wieder. So, ich hoffe, es geht jetzt. Ja. So, jetzt haben wir noch. Ja, und lass es geht los. Hey, Schiri. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. Sie führen sofort aus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt? Och, Mann. Ja, das muss Ecken geben für den BVB. Die gibt's auch. Nein. Ey, ich muss schnell Tore machen. Das war's, das. Ich muss alles geben. Und aus jeder Situation irgendwie versucht zu schießen. Um Tore zu machen. So. Jetzt aber, ach, komm. Ne, 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 nicht. Das ist eine gute Einwohnmöglichkeit. Und der kommt genau rein. Ne, er hat sich als erstes zu dem ausgerechnet und dem gepasst, ey. Da ist, äh. Da stand er noch viel besser. Alter. Alter, ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Also, nimm mal ab. Mach fast ein Spagat. Und dann kriegt der den Ball los. Scheiße. Scheiße. Ja, hättest du jetzt den Ball abgenommen, dann wärst du raus gewesen, ey. Ohne Schade. Alter, ich sag mal schon gar nichts mehr zu. Ja, ich bin mein Alter, ich weiß. Schwertballer, ich bin bei 18er, ey. Wow. Ich hab mir mit dem Alter irgendwie angehüllt. Oh. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und jetzt ist er. Und? Och, Reus. Nee. Soll ich so. Junge. Das sieht gut aus. Der stand er genau da, wo er zu stehen hat. Oh na. Klasse, wie er die Situation vorausgehalten hat. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Reus. Tor, ja Mann. Das ist der erste. 32. Minute. Ach komm schon. Das wär's der Anfang. Wir wollen in das Finale kommen. Los. Schönreise. Ich wusste, dass ich ihn brauche. Nee, 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 nee. Oh, Alter. Shit. Kannst du mal ein bisschen Abstand, Alter. Stell dich ja genau vor, mein Spieler, ey. Arschloch. Tz. Stell dich genau da vor, ey. Arschloch. Und jetzt? Nee, Ecke. Und, 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 und. Ach, Mann. 37. Minute. 1, 0,1. Aber, mal hin im Rückspielergebnis. Einrechnet, 3, 1. Oh, Junge, ey. Ohne Scheiß. Ja, komm, mach. War klar. Das ist doch so klar, dass er macht. Und jetzt? Ja! Das ist doch! 42. Minute. Da ist nun der Anschlusstreffer. Boah. Junge, Junge. Also, so langsam bin ich enttäuscht von Porto. Alter. Ich da zurückkomme, ey. Boah. Man hab ich ja selbst nicht geglaubt. Ah, mal Beinchen stellen, ne. Aggressives Deckling. Jetzt geht's mir los! Jetzt! Schuss! Nein! Nein! Nicht Dein Erhans! Komm, die Ecke! Und jetzt! Tor! Schuss! Ecke. Tor! Ja, sauber, Hummels! 5-10-Minute! Boah! Boah! In der ersten Halbster noch 3-0, Alter! Nicht schlecht! Ich bin nicht wie Bayern, die sich in beiden Spielen abziehen lassen, ne. Das Spiel hab ich gewonnen, ja, aber momentan steht 3-3. Oh, wenn das so weitergeht, dann dürfen die Jungs nach Hause fahren. Und das macht er wirklich! Ach, wenn doch! Bänder, du brauchst nen... Bänder, du brauchst nen... Bänder, äh... Was muss ich jetzt sagen? Du brauchst nen Band. Zwei-Kampf auf die Alte-Aus! Die Gleitschung! Weg damit! Boah, Junge! Krampenfinger! Scheiße! Jetzt darf ich natürlich kein Tog mehr kassieren, ne? Das ist auch... Muss man eins machen, dann lieg ich in Führung. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken! Oh, Alter! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Das war ne Super-Vorlage! Das war ne Super-Vorlage! Zubutic! Ein wunderschönes Zuspiel! Ja, das meinte ich! Ja, das schalten wir dann wohl mal unser Ergebnis-Kosmetik ab! Jetzt habt ihr's also geschafft und sich in Führung gebracht, wenn man das Hinspielresultat im Hintergrund hat! Ja, komm! Komm! Jetzt bin ich... Alter! Gehst du jetzt mal von mir weg? Scheiße! Ich verliere auf... Ich verliere auf... Wer jetzt so weitergeht... Alle paar Minuten im Aus... Ist auch... Scheiße! Die laufen auch immer zum Rand! Tu den Ball da weg! Mann! Alter! Ja, perfekter Stürmer, weil er sich den Ball abnimmt! Also... Ein bisschen, ne? Ja, genau! Lass dich fallen! Komm, jetzt bin ich mal... Das geht... No, jetzt kommen ja zu viele, ey! Genau, geh aus dem Weg, ey! Ich weiß nicht, warum man sich nicht sofort umdreht, ne? Und nochmal versucht! Das wird mir ziemlich sicher nicht blocken können! Und jetzt! Tor! Lewandowski! Schönes Tor! 67. Minute! Boah! Ziemlich mieses Tor! Roland! Ach, Helein! Franz Seidigt! 秘密! Schöön, Mein Fenner! Gal... Garten... Boah Junge, okay das war wirklich gut geklärt, war kein Verheuerbar, naja, mies Oh, das ist halt der Hauptmund, wenn das ein Tor ist, dann ist es vorbei, es ist vorbei, nein, oh, Alter, ist nicht vorbei, scheiße, scheiße, alter, oh, ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt vorbei geschrieben, weil ich dachte, er hat ein Tor, oh, da freut sich der Trainer, so war er geklärt, wenn doch, mein Gott, was hat er für eine Ausdauer, es ist ja schon fast zu Ende, das Spiel, aber er hört nicht aufzulaufen, ja, jetzt wissen wir Manni, warum die ihn die Pferdelunge nennen, Ey, hallo, Mann Was wollt ihr von mir? Schöße und, nein, minder, 82 Minuten, boah, das wird immer so richtig, verdammt spannend, das ist ein richtiger Adrenalinkick hier, ey, Boah, langer Pass jetzt, komm, Leverdowski, renn! Ja, komm mal, komm! Junge! Elfer? Scheiße! Renn, 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 weg damit! Boah, ich will immer Schiss, wenn die zu nah kommen. Wir haben noch nicht verlor, Alter, wir haben mehr da gewonnen noch. Scheiße. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Hier steht doch schon einer parat. Wende. Komm schon, Nachspielzeit jetzt. Fänger will ich nicht unbedingt. Ja, lass mich jetzt, Schieß! Und jetzt, ein Spieler am Boden, sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Schön für ihn. Ich mag sowas nicht, wenn die da so in die Mitte kommen, oh, das ist so übel. Muss nur die Ecke abwehren. Schieß und komm, geh rein! Nein! Nein! Scheiße! Keine Verlängerung? Keine Verlängerung? Was geht denn mit dem Daumen? Wer kommt denn jetzt weiter? Hä? Wer kommt denn jetzt weiter? Okay. Scheiße, Musik ist ja auch nochmal... Aber... Hä? Okay, warten wir mal in dem Spiel. Nehmen wir mal in dem Spiel. Kann er mir gerne geben. Okay, jetzt müsste... Das Spiel jetzt schon... Ähm... Warum so viel im Finale? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Wir haben 3-0 verloren. Hä? Verstehe ich jetzt echt nicht. Normalerweise müsste es doch Verlängerung geben. Oder Auswärtshauer hat der ja gar nicht angezeigt. Auswärtshauer hätte ja Porto schon 6. 7. Okay, ich hätte 8. Hä? Ja, ich habe 8 zu 7 gewonnen, aber... Na gut. Na ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Äh...